Sie wandelte in Kranken, um mich zu retten. Wie lange noch bis du dich erholt hast? Ich war schon geschwächt, bevor sie alle über mich hergefallen sind. Das Feuerfieber hat mich überwältigt. Ich werde mich nicht erholen. Zed, ich werde keinen Fall sterben lassen. Ich werde Walt zwingen, mir das Mittel zu geben. Wie? Ich setze die Kästchen in der Ordnung zusammen. Kaelin ist zu schwach, dich zu wandeln. Du weißt, was die Kästchen dir antun können. Du musst eine andere Confessor finden. Geh ohne uns. Nein, ihr beide werdet ohne mich weitergehen. Ich werde Walt finden. Dann schluck ich den Akalis-Kern, kurz bevor ich die Kästchen zusammensetze. Mit der Macht der Ordnung befehle ich Walt, das Heilmittel zu euch zu senden. Dann töte ich ihn. Und bevor ich dann groß im Scheußell werde, wird der Akalis-Kern mich töten. Richard, bitte finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Er wird sterben. Ich werde sterben. Aber alle anderen werden leben. Die Prophezeiung besagt, der Sucher wird Walt besiegen. Sie besagt nicht, dass er ein weißer alter Mann werden wird wie sein Großvater. Es gibt nicht nur noch, ich sage dir PhD- UFC- intéressant.